Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Lost Planet 3 Multiplayer. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie Play Games for You und wir hauen den Nevek oder den Schneepiraten 1 auf die Mütze. Vielleicht fallen dabei auch ein paar Akridentote an. Kann man nichts machen, muss man mitleben. Darum geht es im Multiplayer. Töten, töten, töten. Oh, gar nicht so viele Leute da. Was ist hier los? Spielen wahrscheinlich alle Diablo 3, was heute rauskommt. Und falls ihr euch selber einen Eindruck vermitteln wollt, dann schaut unser Let's Play Together an. Sechs Folgen bereits, siebte Folge kommt heute Abend um 8 Uhr. Aber zurück zu Lost Planet 3. Da warten wir noch auf die Leute. Oder ist hier was schief gelaufen? Oder was ist hier los? Ne, wir warten einfach nur. Gucken, was haben wir denn hier an Geld? Können wir da was freischalten? Wirkungsbereich des Munitionspakets? Würde ich sagen Wirkungsbereich, oder? Machen wir mal tracken. Was ist das hier? Was wäre dieses hier? Mehr Lader Upgrade. Uninteressant. Im ersten Moment. Okay. Und wenn wir das hier haben, müssten wir das eigentlich auch machen können. Oder wir können einfach querbeet, so wie wir wollen, freischalten. 25.000 würde das kosten. 15.000. Ach, hier müssen wir Embleme früh freisammeln. Hier, sammle 5 Speziallieferungen Embleme. Versorge deine Teamkameraden mit neuer Munition. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir das freigeschaltet, oder was? Ich verstehe. Das ist geil. Das ist cool. Und da müssten wir 15.000 für zahlen. Eine aerodynamische Splittergranate, die über eine weite Entfernung hinweg geworfen werden kann, explodiert bei Auf... äh... Aufschlag. Hallo? Warum lädt der jetzt so komisch? Abstimmung endet in 25 Sekunden. Hola. Was ist hier los? Wir sind doch nur zu zweit. Ich will nicht gegen einen alleine kämpfen. Überall. Gibt es halt einen One-on-One. Ah, da sind die anderen. Zumindest sind wir zu viert. Und wir müssen Akriden Überlebenskampf spielen. Uiuiuiuiuiuiui. Das heißt, wie vermutet, die Akriden kommen und werden dezimiert. Zwei Teams. Ah, wir haben den 50er bei uns. Habe ich kein Problem damit. Alpharnest. Die Karte kenne ich mal wieder nicht. Bin ich begeistert. Auf der Mal was Neues. Zehn Sekunden noch, dann geht's los. Vier, drei, zwei, eins. Und los geht's. Genau, was müssen wir machen? Verteidige dich gegen Akriden Wellen, erobere und halte die strategischen Punkte, um mehr Credits zu sammeln. Logisch. Und da haben wir verschiedene Punkte, die wir sammeln können. Insgesamt drei. Zwei auf jeder Seite, sowie, wenn ich das richtig verstehe, ähm, noch einen dritter. Alles klar bei dir. Denk hier, Munitionspakete sind zum Halten der Stellung eigentlich sehr optimal. Oh du shit. Schön aufpassen. Mach's gut. Gut, dass du eine Strohflinte hast, ey. Die könnten wir auch gebrauchen. Das geht auch von hinten. So, einfach mal rumgesprayt. Die haben wir. Okay, er hat auch Munition hingepackt. Packen wir unsere auch mal dazu. Ein dritter ist da hergekommen. Wird aber in einer Ball getreten, wenn ich das richtig deute. Gut, das sieht doch ganz gut aus im Moment. Eine Speziallieferung haben wir bekommen. Eins von fünf. Oh oh oh. Immer schön ballern. Komm, mach sie alle platt. Yeah. Wenn das keine Kohle gibt. Diese Akkriegenschweine. Den haben wir auch. Neu hinlegen. Oh shit. Wir wurden kaputt gemacht. Wir wurden angespuckt, ey. Gucken, ob er uns vielleicht retten kann. Er versucht, glaube ich. Oder? Yeah, yeah, yeah. Ich glaube, er schafft's. Sehr nice. Da haben wir Munition hingelegt. Noch eine Speziallieferung bekommen. Zwei von fünf. Das geht ja wie am Schnürchen das Leveln hier. Sehr gut. Ein bisschen hier Thermalenergie eingesammelt. Da ist der nächste Gegner. Läuft ausgezeichnet. Monsterjäger. Okay. Uh shit. Ich muss sagen, Akkrieden Überlebenskampf. Quasi der Horde-Mode von North Planet. Ist insgesamt sehr ansprechend. Okay. Noch zwölf Sekunden bis zur nächsten Phase. Wo ist der andere? Sechs. Was auch immer die nächste Phase bedeutet. Okay. Die nächste Phase. Wir müssen wahrscheinlich ein Stück weiter. Oh das shit. Was kommen denn hier für Monster? Richtiges Arena Zeug hier. Was hat er ein Turret? Wie geil ist das denn? Ich will auch so ein Turret haben. Oh Gott, ey. Was für ein Fischer. Stirb, du Monster. Wichtige Arena. Und am Ende werden wir wahrscheinlich gegeneinander kämpfen müssen bei Bunkrei, nehme ich an. Cool, dass er ein Turret da hingesetzt hat. Okay, die Handgranate hat nicht viel gebracht, weil die so mobil sind. Komm schon. Wie er hinter dem anderen Herr ist. Uh, du Sack. Du Schwein. Stirb jetzt, stirb jetzt mal. Oh shit. Den ihr euch geil mitbekommen. Gut, dass man hier aber trotz allem halt immer mal ein Stückchen skillen kann. Sprich, unsere Skills halt verbessern, dass wir die Reichweite erhöhen und so weiter und so fort. Unsere Sachen. Nicht mich umhauen, Mann. So, jetzt hat er es geschafft. Komm, 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 komm. Du schaffst es, du schaffst es, Mann. Du schaffst es. Ja, genau das ist Teamwork. Und das, was ich mache, ist scheiße. So. Ablenken. Oh, jetzt hat er mich auch noch erweckt. Nein. Oh, kannst du nicht aufpassen, Box. Pass auf von hinten. Oh, God. Wir geben auf. Grad mal 13 tot geschossen. Okay, jetzt los. Müssen unseren Kumpel helfen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir jetzt die Waffe wieder haben. Wo sind unsere Kumpels? Wo sind die Kumpels? Hier vorne. Sehr gut. Was ist hier los? Warum stirbt der nicht? Okay, er ist tot. Hier hin wahrscheinlich. Kaputt gehauen worden. Scheiße, Explosionsgranaten. Rettet er uns oder rettet er uns nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Pass lieber auf. Rettet die anderen. Rettet dich? Ich gebe auf. Ich gebe auf. Los, los, los. Leute, wir müssen unbedingt hin zu unseren Kumpels. Müssen sie unterstützen. Bewegung, Achtung. Kannst du ja nicht drüber öffnen? Nee, kann er nicht. Ja, geil. Müssen unsere Leute aufpassen, ey. Uah, das ist einfach umgehauen. Okay, weiter geht's. Hier rüber. Wir haben auf jeden Fall immer noch den Punkt, den wichtigen. Wir haben ihn. Und er hat ihn. Boah, scheiße Milika. Spawn in zwei. Los jetzt. Wir müssen da hin, damit wir das ganze schaffen. Das Alphanest haben wir eingenommen. Achso, wir haben es einfach übernommen. Ich verstehe. Speziallieferung haben wir gegeben. Okay, kaputt geschossen worden. Das ist doch scheiße, dass es da oben ein Loch in der Decke gibt. Gerade in so Position wäre es blöd, wenn wir uns heilen lassen würden. Die anderen müssen selber aufpassen, dass wir nicht verratzen. Also, das ist schon heftig. Aber andererseits, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Gegner noch an unsere Zahlen herankommen. Sprich, dass sie da irgendwie Kohlemäßig noch was reißen. Okay, das war blöd. Explodiert, jawoll. Aber wir haben unsere 5 geschafft. Sprich, wir können das andere skillen. Das ist sehr, sehr gut. Wir können da diese Reichweiten-Sache verbessern. Was Sonjahter einmal? Ich versuche alle duas für Explorer. Oder es ist soиться hin. Nicht! Wie kant Na, Naja Nej, die sich öffnen! Am repentischen... Wofür wissen Sie doch was zu severely�gend. Wo ist er denn da hin? Ich hab doch grad schon wieder einen gehört von dem. Haben wir? Ja. Sehr nice. Grad wieder übernehmen hier den Spaß. Wieder was geliefert, sehr gut. Lauter Punkte die man hier bekommt, trotz allem. Oh, oh. Ja, das war jetzt Pech. Hat alle drei von uns in die Luft gejagt, 15 Sekunden aber nur noch und wir haben jede Menge Vorsprung. Also da brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr machen, würde ich mal sagen. Das geht ja wie Butter. Sieht nach einem Sieg aus. Ich muss auch sagen, mir gefällt nicht nur Team Deathmatch gut, mir gefällt auch dieser Kriegenüberlebenskampf sehr gut. Macht mir eine Menge Spaß, gerade auch mit diesem Kampf dann in der Mitte, dieses Aufeinandertreffen. Ist eine coole Angelegenheit, da bin ich von überzeugt. Ich bedanke mich natürlich für immer fürs Zusehen und sage Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.